Liebe Unternehmerinnen und Unternehmen, mein Name ist Margit Klinger. Als Wirtschaftsbeauftragte des Hohenlohe-Kreises stehe ich Ihnen, besonders den kleinen und mittelständischen Unternehmen im Hohenlohe-Kreis, schon seit mehr als zehn Jahren beratend zur Seite. Und gerade in dieser wirtschaftlich für Sie sehr schwierigen Zeit möchte ich auch weiterhin für Sie da sein. Bund und Land Baden-Württemberg haben einen umfassenden Rettungsschirm für Unternehmen gespannt. Es gibt einen vereinfachten Zugang zum Kurzarbeitergeld. Es gibt Steuerstundungen, Darlehen über die Kreditanstalt für Wiederaufbau und über die L-Bank, flankiert mit Bürgschaften der Bürgschaftsbank und nicht zuletzt natürlich das Corona-Soforthilfeprogramm für Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten. Darüber hinaus gibt es Entschädigungen im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes. Uns erreichen tagtäglich sehr viele Anfragen von Unternehmen, die wir leider nicht alle sofort beantworten können. Ich bitte daher um Verständnis, aber ich verspreche Ihnen, wir werden uns auf jeden Fall mit Ihnen in Kontakt setzen und Sie erhalten eine Antwort. Auf der Hohenlohr-Kreis-Seite www.corona-im-hoc.de erhalten Sie alle nötigen Informationen zu den Hilfsprogrammen für Unternehmen. Und selbstverständlich stehen wir Ihnen auch weiterhin über die Bürgerhotline zur Verfügung. Ich bitte Sie, halten Sie durch. Halten Sie Ihre Mitarbeiter. Sie werden sie nach der Krise wieder in Ihrem Unternehmen brauchen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie gesund. Untertitelung des ZDF, 2020